Oh man, Leute, lasst den Scheiß. Hier, gebt mal auf mich, bitte. Bitte hört auf, hinter der Barriere euch zu verstecken. Das ist nicht die feine englische Art. Boah. Eben mal kurz da rein. Und jetzt mach ich mal eben, äh, kann ich nicht mal Kommando? Wieso kann ich kein Kommando? Oh man. Kommando? Doch, ich kann Kommando. Ähm, beschwunigen und bitte mal ver... Nein, eigentlich nicht. Ach, verdammt. Wieso mach ich eigentlich seit dem, seit dem Superkampf da, mach ich immer verborgene Barriere automatisch. Ah, verdammt. Jetzt wird ich da grad reinschießen. Mensch. Und faire Mistküter. Nein, nicht, nicht auf Kalista. Schieß lieber auf mich hier. Boah, Leute. Ey, Kalista, ballerst mal da rein. Jetzt sofort. Mach schnell. 16, 15, 14, wann bist du Zeit lahm? Mädel. Wieso bist du so lahm? 4, 3, 2, 1. Jetzt haut da rein, bitte. Danke. Wieso hake ich die Frame-Welt eigentlich grad so krass? Boah. Aua. Die tun mir weh, verdammt. Verdammt. Boah, Leute. Ich sterb hier gleich noch. Oder auch nicht. So hart sind die Kämpfe jetzt nun wirklich nicht, aber äh, eigentlich liegt das wahrscheinlich nur daran, dass ich so schlecht bin. Kalista, wir sollten uns auf unserer Garten sein. Zale, komm her. Was? Das ist, wo meine Mutter und Vater erst mal getroffen haben. Oh, wirklich? Ja. Das ist, warum ich mich glücklich bin, hier mit dir zu sein. Kalista. Das war das erste Lachen im ganzen Spiel, was ich von ihr gehört habe. Ja, was, wer, wie, was, wo? Wo sind wir hin? Äh, keine Ahnung. Hört sich nicht so schön an. Es gibt mehr von ihnen. Wo sind sie? Wahrscheinlich. Da. Hier sind sie. Nein, wir werden nicht verlieren. Kommst du denn dazu, zu so einem widerlichen Gedanken? Vor allem, ich verliere doch nicht. Das kennt ihr doch von mir, das wisst ihr doch. Ich und verlieren? Oh, nein. Ha. Ha, wat, wat, wat? Wie, wer, wo? Boah, Leute. Nicht schon wieder so ein großes Viech. Huha. Ich geh mal kurz zu Kalista. Das geht so nicht. Wieso haben wir unsere Leute nicht mit uns genommen? Ist gar nicht Kalista, zu dem ich hier gehe. Mensch, 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 Typi. Was war das? Was habe ich da gerade eben für einen tollen Move gemacht? Ich überlege gerade, was ich da für einen tollen Move gerade eben gemacht habe, wo ich den von oben bis unten in zwei Hälften geteilt habe. So hat zumindest danach aus. Poah, Menscheskind. Lass das, das ist unfair. Wirklich, also immer, immer dieses unglaublich unfaire Rumgemetzel. Einfach, das ist gemein. Ich habe doch keine Muskeln, ihr seht mich doch. Kalista ist ein Level hoch. Oh, wir sollten uns von da raus ausgehen können. Aha. War da gerade so ein Beschwörungskreis von Horace? Das sah beinahe so aus. Nee, das ist einfach nur blaue Kacke. Ähm. Und Schimmel, hey. Und ekliges Fischzeug. Tja. Geulende Sitzen. Sitzen, das ist ja nicht so schön. Äh, ZL. Ich kann mich nicht konzentrieren an meiner Magie, weil die Feindler über dem Pond. Ah, ja, super. B-T-E-L-F. Ah. Stimmt doch nicht mal sofort. Stimmt doch. Damit du endlich Kalista in Ruhe lassen kannst. Ich kann es nicht erwarten, aber wir müssen hart arbeiten, um es zu passieren. Mal eben kurz Barriere reingehauen. Mann. Porschit. Ich will doch nur... Ah, jetzt mach doch mal. Setz deine Magie. Ich zerstör sie mit der Bombe, weil du kriegst es sowieso nicht hin, Kalista. Ja, genau das meine ich. Ah. Mann. Leck mich doch. Boah, leck mich. Ha, das gibt's aber nicht. Die machen es hier echt platt. Ah, das gibt's ja wohl nicht. Ah, immer wenn ich werfen will. Boah, leck mich doch. Ist hier vorne nicht vielleicht noch eins. Boah, und Kalista machen sie auch fertig. Leute. Meine Güte, seid doch mal ein bisschen fair. Ah, ich bin ein Pessimist und deswegen sterben wir jetzt. Schön, dass wir es jetzt nicht mehr haben. Ja, von mir selbst. Schön, wie du dich selbst lubst. Nichts worry, wir können es in keinem Zeitraum wiederholen. Du bist richtig, wir können nichts tun, bis wir diesen Platz zuerst wiederholen. Wer schießt da auf mich? Au. Boah, shit. Kalista, kannst du mal eben mir kurz assistieren? Mit Genesung. Und danach die verborgene Barriere direkt reinhauen. Schön, dass sie das Schild fallen lassen, wenn wir sie von da runter hüpfen. Sollte ich mir notieren. Auf meinem geheimen Last Story Insider Settel, den ich hier über das ganze LP geführt habe. Weil ich ja auch so toll mich mit dem Spiel befasst habe im Vorrein. Vorhinein, von vornherein. Boah, wir sind doch nicht gestorben. Ich bin so toll, oder auch nicht. Es ist wie eine never-ending-Supply von Reptids. Ja, es gibt wahrscheinlich viele in deinem Kopf, auch. Ist das der richtige Weg? Ja, nicht viel weiter. Na toll. Welcher Weg jetzt? Die Distanz ist die gleiche. Aber ich sensere Magik aus der Tür auf der links, was bedeutet Magier. Genau. Also, was soll ich tun? Äh, ja, linke Tür. Ich vertraue mal, Callister. Da sind sie hier. Magier, ich wusste es. Schau dir! Okay. Ich nehme ihre Hauptkraft. Du schau mir von hier. Dann... Leck mich doch. Was ein Müll. So schön, dass die Dinger so schnell kaputt gehen. Also, die, äh, Zauberer. Und wirklich? Ja. Selbst mit der Krieg auf dem Weg ist, Leben ist immer noch so wie das, wie die Chlorofaner. Es gibt einen Weg auf dem Grund durch hier. Können wir gehen, Al? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ist klar, ist klar. Wovon redest du, Mädel? Äh, achso. Hoffentlich ist jetzt übrigens die, äh, Lautstärke, wie ich so rede, wunderbar für euch. Hoffe ich zumindest. Boah, Mann. Man kann es doch übertreiben. Goldener Reptid. Ihr könnt nicht alle mal. Hört auf, euch zu unterhalten. Ich muss hier mal... Eben... Intervenieren. Und zwar hier. Ja, wieso habt ihr Agro auf Kalista? Das ist nicht nett. Ihr sollt auch kein Agro auf mich haben. Das ist genauso nett. Unnett. Boah. Kommando. Verdammt. Beschleunigen. Verborgene Barriere. Danke. Boah. So, so schnell können die mich nicht locken. Das finde ich gut. Oh, jetzt hört doch mal auf. Leute. Hört auf, gemeint zu sein. Macht Kalista jetzt eigentlich gleich die verborgene Barriere hinterher? Das finde ich sehr schön. Ah, ja, 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 ja. Leck mich doch alle. Boah, immer das mit diesem... Verbrusteten. Das ist ja nervtötend. Äh, gehst du mal drauf? Wie oft ich da drauf prügeln muss, dass der mal endlich down geht. Was geht denn da ab? Was geht hier ab? Ich höre nur noch... Wo, 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 wo. Mehr nicht. Ja, 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 ja. Ich schlage hier nur gerade wie irre um mich herum. Mal eben kurz. Auf. War das jetzt so gedacht, dass man die so easy platt macht? Äh. Ja, ja, ja. Bin ich ganz deiner Meinung? Oh, man. Leute. Äh, Kalista, merkst du nicht, dass du die Gegner an einem teilst? Oder sonst was? Da heilen die sich von alleine. Ja, die heilt die da mit. Mensch, Kalista. Hör auf damit. Hier geht's! Ich mein, Gold zu Gold passt ja auch irgendwie. Äh, hallo? Ja, die hat ja eindeutig damit geheilt. Oh, super. Ja, aber erstmal speichern, bitte. Puh! Auf neuem Speicherstand. Nee. Auf dem hier? Ich weiß gar nicht. Mal auf dem hier. So, und dann können wir auch gleich in der nächsten, in der nächsten Sache da, ähm, den nächsten, den nächsten Dingens da verwursten. Aber vorher, äh, beende ich kurz mal die Session, weil ich jetzt schon wieder lang genug aufnehme und genug Folgen habe und deswegen kein Need ist, noch mehr aufzunehmen. Und, äh, wir sehen uns dann in der Grube beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao, ciao! So, und hallöschön, liebe Freunde der lustigen Unterhaltung. Und, äh, willkommen zurück bei Let's Play Silas Story. Und, tja, da wir ja auch letztes Mal so wunderbar an dieser Stelle aufgehört haben, da liegen übrigens noch Sachen rum, ähm, denke ich, fangen wir auch an dieser Stelle an. Wäre auch ziemlich sinnig, wenn nicht, also unsinnig. Und, ja, klettern wir mal in das gruftige Loch hinein, was ich jetzt auf mehrere Arten wieder falsch anhörte. Auf geht es, äh, ja, auf geht... Es ist ziemlich tief. Ich bin sicher, dass du dir okay bist. Du brauchst nicht da. Ich bin einfach gut. Warte! Wir sind doch niemals fast schon da, das glaube ich dem Spiel nicht. Der Speichervorgang, das ist nicht gut. Deine Schritte, Mann. Dein Magen, Mann. Was ist denn da? Oh. Shit. Zell, ein Blut! Ja, 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 ja. Goldene Witwe, leck mich. Ich muss, äh, hinter sie kommen. Ich muss hinter dich. Hallo, pass doch mal auf, ich muss hinter dich. Au. Pua! 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 Ich muss doch an die Rückseite ran. Mensch, Junge, also Spinne! Nicht schon wieder. Ein Treffer hat das Ding eingesteckt. Pua! Tja, Schleim. Also Kalista. Äh, von wo muss ich denn, wie soll ich denn... Kannst du mal Magie draufhauen Kraftschlag, hey Leuchten Auch wenn man nöt Lichtmagie, da wird zwei Ja, da hau mal Leuchten rein Ich weiß nicht, was genau das bringt, aber Ich hoffe mal, es bringt irgendwas Nein Äh, äh Äh, äh Beflechtor Puh, und diese ganze Scheiße Alleine Wie lang soll Boah Die ist ja echt blöd Die ist ja richtig bekloppt mal Äh, mach mal Genesung, damit du uns heilen kannst Wenn wir da jetzt mal jetzt rein müssen Ja, ich bin so verliebt Du bist okay Ja, irgendwie Dachte ich auch, aber Äh Das hat ja Ziemlich reingehauen sogar Ja, dann lassen wir uns mal Auffressen Hey, nein, nicht Kalister 12, 11, 11, 10, 9, 8 Äh, Schleim Huack Tja, ja, ja Also nicht treffen lassen Und dann, wenn sie, wenn sie einsaugt Mich zuerst Oder wie Tschau, danke sehr Boah, wie die einfach mal Kalister Die gegen geschleudert hat Ist nicht schön Ja Saug mich mal ein Nein, ich, äh, ich Das ist schon gut so Das ist gut so Ja, ja, ja Au Puh, WTF Aua Komm mich mal rein, bitte Ja, ich bin so Ja, ich bin so Ja, ich bin so Ja, ich bin so Untertitelung des ZDF, 2020